Willkommen bei Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Es geht weiter und ich... Näher bekomme ich euch nicht heran. Wenn ihr einen Weg zur Aufbereitungsanlage gefunden habt, können wir die Erzkanone einsetzen, um die Werften direkt anzugreifen. Aha. So, es geht hier weiter und ich, äh, ja. Die Steuerung kenne ich auch schon kaum mehr. Boom, boom, boom. Der ist tot, würde ich mal sagen. Äh, ich weiß nicht mehr, wie das mit der Macht und so'n Scheiß war. Ja, eh war das. Huch. Ach du Scheiße. So. Ah, der ist explodiert. Ich seh's schon, hier kommt irgendwas, äh, Böses. Oh. Oder auch nicht. 10.000 Machtpunkte verdient. Den nehmen wir einfach mal mit. Okay. Okay. Ach so, ja. Der ist tot. Mutschi. Mutschi. Das ist tot. Ach, der lebt auch noch. Ach, warte, den. Nee, warte, den kriegen wir noch. Tot. Aber wir wetten, ich hab schon wieder irgendwo ein Holocron oder fünf Stück übersehen. Hm. Ach, du Scheiße. Weg einmal mit euch und du kommst hinterher. Ach so. Wupp dich. Wupp dich. Das ist ein dunkles, aber ich will ja die hellen. Aha. Oh, ich wollte grad sagen. Mutidi. Ach, da ist eine. Oder so. So. Wir müssen kurz mal gucken bei den Missionszielen. Äh, zerstöre den Fangstrahlturm. Hm, Machtpunkte. Holocrons. Fangstrahlturm. Hm. Ach, du Scheiße. Weg hier. Tschüss. Der hat einen Freiflug gekriegt. Ich seh keine Holocrons. So. Ah. Ich seh keine Holocrons. Ah. Ah, ich bin wieder gut. Wobei die Machtpunkte interessieren mich nicht. Ich will neue Lichtschwertkristalle haben. Huch. Ah. Ja, und Dings war... Ach, du Scheiße. Ach, das ging daneben. Ach, guck mal. Unbegrenzte Energie. Gut, dass ich alle drei blitzen kann. So, sind jetzt alle drei tot. Nein. Hä? Ich wollte gerade sagen, hat mich das jetzt weggeschleudert? Alter. Das wäre es jetzt gewesen. Aha. Ach. Ich sehe schon. Ach, du Scheiße. Nein. Sprung, Rätsel, Sprung, Rätsel. Aha. Nein. Ach, ich bin vorbeigesprungen. Ich schon. Ich weiß, was er vorhat. Danke für die rechtzeitige Wahrne. Ich bin vorbeigesprungen. Aha, also Proxy, unser Roboter, hat das Schiff verlassen. Das sinkende. Und dort. Äh. Ja, ja, nein, ja. Fuck. Komprimierter Grüner. Also gut, sie haben ihm schon relativ weit geschadet. Und jetzt versuchen wir uns mal bei meinen beliebten Finishern. Äh, Maus. Oh, gut. Nächstes ist er jetzt schon vorbei. Wann hier nicht gerade noch? Genau. Wollte ich jetzt zwar gar nicht machen, aber egal. Wir haben einen komprimierten grünen Lichtschwertkristall gefunden. Unverwundbarkeit. Oh, leck mich. Das wäre mit dem in der oberen da die Kombi ganz schön gewesen. 10.000 Machtpunkte. Ah, stimmt. Da oben muss ich ja lang. Ha, mal sehen. Ich glaube, wir haben gerade einen blauen. Ich weiß aber nicht, was für einen. Ich glaube, die, die so geil leuchten, waren die komprimierten. Also ich würde auch gerne diese beibehalten. Aber ich glaube, ich habe davon jetzt gerade mal den roten und den blauen. Ich kann am Ende nochmal gucken. Oder auch... Oh, noch einer. Bestimmt wieder 10.000 Machtpunkte. Ja. Äh, ja. Oh, Gott. Ach, du Scheiße. Was ist das für eine... Unverwundbarkeit. Juno, ich bin an einer imperialen Landebasis angelangt. Könnt ihr die Hangartür überbrücken? Ich versuch's. Aber es könnte einen Augenblick dauern. Den nehme ich. Mir wird hier schon nicht langweilig werden. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Komm, komm, komm. Da, 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 tot. Ach. Gut, ich brauche einen Schlag, um die blöden Sturmtruppen zu töten. Dafür geben die jetzt aber nicht gerade, äh, das Maximum an Energy wieder. Okay, da hinten ist ein Dingskristall. Ja. Du mich auch. Du mich auch. Was habe ich denn hier? Schaden... Oh, der ist gut. Oh, oh. Schaden erheblich gesteigert. Ah, Sniper. Oh, ich sollte mir nicht die ganzen... Ah, ich könnte... Von wo? Ach, von da hinten. Komm her, komm her. Dich, dich, dich um, du blöde Sau. Äh, war das jetzt blöde? Ich sehe schon zwei. Oh, gut, nur einer. Oh, da ist ein Dings. Wobei, nee. Ha, 10.000 macht. Punkt und ein Aufstieg. Was? Na, das Beste wäre jetzt erstmal einen Schaden gesteigert. Ha, der ist gut, der ist gut. Leer. Äh, Maus. Ha, gut, der Finisher. Und tot. Weil jetzt. Ach so, keine. Äh, ich habe keine Macht. Was war das denn gerade? Oh. Wie wäre es, wenn ich mich äh, ja, machen wir es so. Ah, nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, warte. Wie komme ich da rauf? Ja, ha, ha, hoch. Du, mich auch, du blöder Sniper. Ach, die sind so mies immer. Hm, hm, hm. Noch irgendwas Lebendes. Hm, ich würde ja da hinten noch irgendwas vermuten, aber... Wobei. Gucken schadet nicht. Oh nö, hier ist nichts mehr. Würde ich jetzt sagen. Ich würde ja auch sagen, ich muss jetzt hier ra... Oh. Das ist der berühmte Schrei. Auch gut. Ich gehe mal in den Holok. Ah, da oben. Das erste ist gesichtet. Hö. Scheiß Droiden. Äh, ich meinte Liebe Droiden. Boom. Okay, das erste ist hoch und... ...in die Richtung. 10.000 mächtige Punkte verdient. So, und jetzt geht's weiter hier. Der wird abgeblitzt. Und du wurdest geblitzt. Tja, zu schnell mit dem Raumschiff gefahren. Oh, der war schlecht. Ach du heilige Scheiße. Dieser Fangstrahl sorgt dafür, dass die Kanone richtig ausgerichtet bleibt. Wenn ihr ihn stört, wird vielleicht das Angriffsmuster der Anlage beeinflusst. Ah, stimmt. Damit könnte ich jetzt was reißen mit dem... Äh... ...mit meiner Wegschleuder-Aura, weil... ...die Viecher ja einfach runterhaut. Burstet. Aber erst mal, äh, dahin kommen. Äh, keine Ahnung, was ich hier machen kann. Oh, ich hab keine Macht mehr. Ah, super. Den kann ich elektrisieren. Wuhu! Freifug! Wuhu! Ach, ich liebe es. Da ist ein roter, den... Ah, da oben. Oder? Ich hab... Ich könnt's schwören, ich hab da oben jetzt einen gesehen.